Herzlich Willkommen zu dieser kniffligen Gleichungsaufgabe, beziehungsweise ich muss zuerst überhaupt die Gleichung aufstellen können. Das ist hier die Schwierigkeit und da zeige ich dir jetzt, wie das geht. Starten wir also rein. Simon besitzt 200 Franken mehr als Nerea und er schenkt dir 60 Franken. Nun hat Nerea 5,9 so viele Franken wie Simon. Gesucht ist nun, wie viele Franken Nerea vor der Schenkung hatte. Also Nereas Geldbetrag in Franken vor der Schenkung. Okay, jetzt überlegen wir uns mal, wie viel Geld das Simon nach der Schenkung hat. Der hat ja vor der Schenkung X plus 200 und dann noch minus 60. So viel hat er. Okay. Das nützt mir jetzt aber noch nicht allzu viel, denn diese Geldmenge hier entspricht, wenn ich 5 Neuntel hier dazuschreibe, der gleichen Geldmenge, wie wenn sie die ursprüngliche Geldmenge um 60 erhöht. Das heißt, der zweite Teil der Gleichung ist jetzt X plus 60. Vielleicht muss ich das jetzt noch ein bisschen erklären. Also das wird dir wahrscheinlich klar sein. Also Nereas ursprünglicher Geldbetrag ist X. Sie kriegt 60 Franken, also X plus 60. Also der rechte Teil der Gleichung ist sicher klar. Der linke Teil muss ich jetzt noch gesondert erklären. Du verstehst den Mittlerenbrock bestimmt auch schon. Also das ist ja das Geld, das Simon hat. Und nach der Schenkung, und das hier ist ja das Geld von Simon nach der Schenkung, hat Nerea 5 Neuntel so viele Franken wie Simon. Also dieser Ausdruck für Simon mal 5 Neuntel entspricht dem gleichen Geldbetrag. Und ich denke, dass das so klar ist. Die Gleichung löse ich jetzt gar nicht auf, weil das ist deutlich einfacher. Das können wir dann im nächsten Video irgendwann einmal machen. Ich hoffe, die Erklärung hat dir Spaß gemacht und ich sehe dich im nächsten Video. Ciao.